Hast du eine Hassliebe zu Burpees? Dann bist du auf dem richtigen Video, denn Burpees sind eine der härtesten Freeletics Übungen. Und da sie nicht ganz so viel Spaß machen wie die anderen Übungen, ist es kein Wunder, dass so viele Leute sie hassen. Es gibt jedoch viele Gründe, warum du deine Einstellung zu dieser Übung ändern solltest, wenn du sie hasst. 10 Minuten Burpees aktivieren nämlich unter anderem alle deine Muskelgruppen und verwandeln deinen Körper in eine Fettverbrennungsmaschine. In diesem Video verraten wir dir, was mit deinem Körper passiert, wenn du jeden Tag 10 Minuten Burpees machst. 1. Du wirst schneller Das Ausführen von Burpees wird für dich mit der Zeit einfacher. Die ersten paar Tage werden anstrengend sein. Du wirst viele Pausen machen und so erschöpft sein, dass du eher nach vorne schlenderst als gehst. Aber keine Sorge, deine Arme und dein Rumpf werden in der zweiten Woche stärker. Später wirst du schnell sein, was bedeutet, dass es einfacher wird und du mehr Wiederholungen machen kannst. 2. Du wirst stärker Burpees sind das perfekte Beispiel für funktionelle Fitness. Mit anderen Worten, sie helfen dir, deine Abnehmung und Fitnessziele zu erreichen und gleichzeitig deine Alltagsaktivitäten besser zu bewältigen. Solche Fähigkeiten mögen banal erscheinen, aber sie können tatsächlich deine gesamte Lebensqualität verbessern. 3. Du verbrennst viele Kalorien Es ist nicht zu leugnen, dass Burpees die ultimative Fettverbrennungsmaschine sind. Wahrscheinlich die beste, die du jemals bei allen Übungsformen erreichen wirst. Das liegt ganz einfach daran, dass Burpees eine Ganzkörperübung sind und zwar eine sehr intensive. Wenn du Burpees nur 10 Minuten am Tag machst, verbrennst du eine Menge Kalorien. Sie können deinen Stoffwechsel sogar den ganzen Tag über beschleunigen. Was bedeutet, dass du rund um die Uhr Kalorien verbrennst. Wenn es also eines deiner Fitnessziele ist, Gewicht zu verlieren, dann solltest du in Erwägung ziehen, täglich 10 Minuten Burpees zu machen. 4. Deine Lungenkapazität wird besser Das hören und lesen wir überall. Bewegung ist wichtig für deine kardiovaskuläre Gesundheit. Leider scheinen sich nur wenige Menschen in der Fitnesswelt für die wichtige Rolle der Stärkung unserer Lunge zu interessieren. Übungen wie Burpees trainieren nicht nur dein Herz, sondern auch deine Lunge. Je stärker dein Atmungssystem ist, desto besser wird auch deine Ausdauer. 5. Deine Ausdauer steigt rapide an Was auch immer dein Ziel ist, zum Beispiel eine neue Sportart auszuprobieren, für einen Marathon zu trainieren oder in Form zu kommen. Burpees können dich schnell ans Ziel bringen. Es ist sogar eine der besten Übungen, um deine Ausdauer und Kondition für Sport und andere Aktivitäten zu verbessern. Fang mit 10 Burpees am Stück an, mach dann 5 weitere und steigere dich allmählich, bis du 10 ganze Minuten Burpees schaffst. Würdest du jetzt noch wissen, was mit dir passiert, wenn du vor dem Schlafengehen Planks machst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.